Aus dem Erzgebirgs-Almanach. Am 29. Mai 2003 wird in Schlema auf dem Hammerberg eine Gedenktafel für Sachsens ehemaligen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf und seine Gattin Ingrid enthüllt. Bürgermeister Konrad Barth würdigt dabei zahlreiche Freunde und Förderer der Kurbadgemeinde. Besonderen Anteil an der Entwicklung seit der Wende habe laut Barth das Ehepaar Biedenkopf. Ich hatte da so eine Vision. So Ingrid Biedenkopf bei der Zeremonie gegenüber dem regionalen Fernsehsender Kabeljournal und fährt fort. Und wenn ich sehe, wie schön das hier alles geworden ist, kann man nur wünschen, dass ganz viele Menschen hierher kommen, sich das angucken und vor allem wieder gesund werden. Bei der Renaturierung der Bergbaugebiete in Schlema mussten anfangs hohe bürokratische Hürden genommen werden. Kurt und Ingrid Biedenkopf setzten sich persönlich für eine schnelle Umsetzung der Vorhaben ein. Der Ort, an dem der Gedenkstein steht und von dem aus ein herrlicher Blick auf die Kurbadgemeinde ermöglicht wird, war bereits als Biedenkopf-Blick dem Ehepaar gewidmet. Schlema war zum Zeitpunkt der Ehrung vor 20 Jahren Gastgeber der 15. Internationalen Feuerwehrsternfahrt. Ingrid Biedenkopf